Hallo und schön, dass du da bist, um mit mir gemeinsam Yoga zu praktizieren. In dieser Yoga-Praxis möchte ich dir so ein bisschen dazu verhelfen, deinen Kopf frei zu bekommen und einfach so ins Fließen zu kommen. Und wir starten direkt auch im Stehen. Du kannst einen Hüftbreitenstand finden, deine Arme einfach schwer hängen lassen, die Schultern schwer hängen lassen, die Augen mal schließen und dann dein Gewicht gleichmäßig in deinen Füßen verteilen. Und wir fangen an, einfach unser Gewicht zu verlagern und ein paar große Kreise zu ziehen. Und dann ganz langsam die Kreise kleiner werden zu lassen, sodass wir uns irgendwann in der Mitte einpendeln. Versuch, deine Beine so leicht zu beugen, damit du einen guten, festen Stand hast. Versuch vielleicht auch, deinen Bauch so ein bisschen zu aktivieren, deinen Beckenbogen zu aktivieren, deinen Mula-Banda zu aktivieren. Und dann versuch, deine Aufmerksamkeit zu dir selbst, zu deiner Atmung zu bringen. Und dann fang an, deine Arme noch ein bisschen lockerer werden zu lassen, vielleicht deinen Stand ein kleines bisschen noch zu vergrößern, damit du so richtig stabil stehst. Und dann fang an, deinen Oberkörper so leicht von rechts nach links zu drehen, die Arme einfach schwingen zu lassen. Versuch, keine Kontrolle in deine Arme reinzugeben, nur deinen Oberkörper zu drehen. Das heißt, deine Arme, die pabbeln einfach so an der Seite rum. Und die schwingen dann einfach mit, weil sie keine andere Wahl haben. Und versuch, dich schön aufzudrehen. Vielleicht den Schritt, wenn es dir hilft, noch größer zu machen, sodass du richtig ins Schwingen kommst. Das sieht bestimmt völlig lustig aus, aber das ist egal. Soll sich schön anfühlen, vielleicht auch lustig anfühlen. Und vielleicht kannst du das so doll vergrößern, dass du langsam so ein kleines Kribbeln in deinen Fingern spürst. Und dann kannst du dir selber auch ein Klapshänden auf den Po geben, um ein bisschen gute Laune zu bekommen. Noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen schneller. Und noch für drei, für zwei, für eins. Und dann bleib einfach in der Mitte stehen. Schließ nochmal deine Augen, spür das Kribbeln in deinen Fingern. Halte kurz inne. Sehr schön. Und dann stell dich mal an den Anfang deiner Matte. Auch wieder hier, hüftbreiter Stand. Beine sind leicht gebeugt. Und dann nehmen wir die Arme hoch. Und bei der Ausatmung schwingen wir die Arme nach unten. Und oben. Einatmen, wir kommen wieder hoch. Ausatmen, nach unten. Einatmen, komm hoch durch die Nase, atmen. Ausatmen durch den Mund. Wir machen das noch ein paar Mal. Sehr schön. Einatmen, hoch. Schön, explosiv ausatmen. Einatmen, wieder hoch. Noch für drei. Zwei. Und eins. Dann lass alles hängen. Lass die Arme unten hängen. Ganze Vorbeuge. Sehr schön. Dann bring deine großen Zehen zusammen. Die Ferse können ein bisschen Platz noch haben. Bring deine Beine schön da zusammen. Und dann setz dich einmal hier tief. Und wir kommen nach oben in den Stuhl. Die Arme ziehen entlang deiner Ohren. Wir versuchen hier in den Entenpo wieder einzusammeln. Becken nach hinten zu geben. Bauch ist fest. Rücken ist lang. Sehr schön. Und dann ganz langsam. Verlage dein Gewicht auf den linken Fuß. Heb mal deine Ferse an. Dann heb auch mal deinen Fuß an. Und dann vorsichtig kick deinen Fuß nach hinten. Zieh die Arme entweder auch nach hinten. Oder vielleicht sogar nach vorne. Komplett auseinander für deinen Krieger 3. Dann beug dein linkes Standbein. Setz den rechten Fuß hinten auf. Zieh die Arme nach oben. Hoher Ausfallschritt. Einatmen hier. Ausatmen die Ellenbogen. Zieh nach unten. Das rechte Knie tippt unten auf. Einatmen. Komm wieder hoch. Ausatmen tief. Einatmen hoch. Und ausatmen noch mal tief. Schulterblätter zusammenziehen. Sehr schön. Und dann bring die Hände nach unten. Schieb dich über dein linkes Bein. Streck das linke Bein aus. Für die weite Pyramide. Du kannst gerne hinten die Ferse auch ganz weit nach oben nehmen, sodass die linke Hüfte nach hinten bleiben kann. Sehr schön. Dann beug dein linkes Bein. Stell beide Hände auf. Und dann zieh zurück. Linkes Bein nach oben. Beug dein Bein. Öffne die Hüfte. Und dann flip einmal deinen Hund um, sodass du deinen linken Fuß aufstellen kannst. Wir gehen in ein tiefes Wild Thing. Bedeutet, wir legen das linke Bein unten ab. Lösen die rechte Hand. Setzen die linke Hand hinten auf. Und dann verlagern wir das Gewicht auf das linke Bein auf das Schienbein. Und dann ziehen wir den rechten Arm über den Kopf. Tiefe Einatmung hier. Und bei der Ausatmung setzen wir uns vorsichtig nach unten ab. Wir drehen rum, so wie wir vorher auch hergekommen sind. Und dann setzen wir den linken Fuß vorne auf. Wir setzen den rechten Fuß auch hinten auf. Und wir kommen nach oben in eine Krieger 2. Auch hier werden wir es ein bisschen dynamischer werden lassen. Beug dein linkes Bein schön großzügig. Zieh die Arme rechts und links auseinander. Blick geht über die linke Hand. Und auch hier mit der Atmung. Streck dich lang bei der Einatmung. Ausatmung, explosiv nach unten. Einatmung hoch. Ausatmung nach unten. Einatmung hoch. Ausatmung runter. Sehr schön, noch zweimal. Dann halte hier. Flip deine linke Hand. Lehn dich zurück. Friedvoller Krieger. Und dann kurbel komplett nach unten. Setz die rechte Hand unten auf. Linke Hand zieht hoch für deinen Twist. Und dann komm mit der linken Hand nach unten. Trete zurück. Herabschauender Hund. Wir fließen durch ein Vinyasa. Atme ein. Komm nach vorne. Schultern über die Handgelenke. Ausatmen. Deinen Weg nach unten mit Knie oder ohne. Einatmen. Press den Fußband in die Matte. Kleine Kobra. Wenn du dich schon danach fühlst. Aufschauender Hund. Und ausatmen. Zurück herabschauender Hund. Einatmen. Schau nach vorne. Zwischen die Hände. Beug die Beine. Und ausatmen. Komm an den Anfang deiner Matte. Lass dich hängen. Atme ein. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Ausatmen. Ganze. Einatmen. Komm nach oben ins Stehen. Und ausatmen. Hände vors Herz. Und zur Seite. Tadasana. Sehr schön. Einatmen. Komm wieder hoch. Blick geht zu den Daumen. Ausatmen. Tauch ab. Ganze Vorbeuge. Einatmen. Halbe Vorbeuge. Langer Rücken. Und ausatmen. Beuge die Beine. Setz deine Fingerspitzen unten auf. Verlager das Gewicht in die Ferse. Atme ein. Komm nach oben in den Stuhl. Setz dich tief. Halte die Spannung im Rücken und im Bauch. Und dann verlager das Gewicht auf deinen rechten Fuß. Zieh die linke Ferse hoch. Bring deinen linken Fuß Richtung Po-Backe. Und dann drück dich raus. Linkes Bein nach hinten. Für deinen Krieger 3. Deine Variante. Lass dein Standbein gebeugt. Bring die linke Hüfte nach unten. Zieh dich lange auseinander. Und dann beug dein rechtes Bein. Setz die linken Zehen auf. Komm nach oben. Bei der Einatmung. Und ausatmen. Beug dein rechtes Bein. Tipp dein linkes Knie unten auf. Einatmen. Komm wieder hoch. Und ausatmen. Kaktusarm. Ellenbogen nach unten. Einatmen. Hoch. Ausatmen. Nach unten. Öffne die Brust. Und dann bring die Hände nach unten. Schieb dich über dein rechtes Bein. Zieh die rechte Hüfte zurück. Pyramide hier. Halte. Und dann bring beide Hände nach unten. Zieh dein rechtes Bein zurück. Dreibeiniger Hund. Und bei der Ausatmung öffne die Hüfte. Zieh dein rechtes Knie nach oben zur Decke. Und dann flipp einmal rum. Setz den rechten Fuß unten auf. Bring dein rechtes Bein unten auf den Boden. Rechte Hand hinter dich. Und dann schieb die Hüfte nach oben. Linke Arm über den Kopf. Einatmen hier. Und bei der Ausatmung kommen wir zurück. Da, wo wir hergekommen sind. Rechtes Bein nach vorne. Linken Fuß hinten aufstellen. Und wir kurbeln auf Krieger 2. Setz dich tief in deinen rechten Fuß. Press in die linke Außenkante. Halte die Schultern tief. Und bei der Einatmung streck die Beine. Arme über den Kopf. Ausatmen. Nach unten. Einatmen. Wieder hoch. Ausatmen. Nach unten. Einatmen. Ausatmen. Noch 2 Stück. Sehr schön. Dann flipp die Handfläche. Einatmen. Friedvoller Krieger. Und ausatmen. Wie kurbeln nach unten. Linke Hand aufstellen. Rechter Arm zieht hoch. Sehr schön. Und dann bringen die rechte Hand nach unten. Zurück herab. Schraubender Hund. Einatmen. Kommen nach vorne. Wie eine Welle. Ausatmen. Deinen Weg nach unten. Ellenbogen bleiben nah am Körper. Einatmen. Cobra oder aufschauender Hund. Und ausatmen. Zurück. Herabschauender Hund. Einatmen. Schau nach vorne. Beug die Beine. Und ausatmen. Komm an den Anfang deiner Matte. Einatmen. Langer Rücken. Halbe Vorbeuge. Und ausatmen. Ganze. Einatmen. Komm nach oben ins Stehen. Nimm die Arme mit über den Kopf. Ausatmen. Sie die Hände vor dein Herz. Arme zur Seite. Tadasana. Schließ kurz die Augen. Spür für einen Moment in dich rein. Lass die Schultern tief sinken. Versuch dein Gewicht in der Mitte gleichmäßig zu verteilen. Und dann bring die Hände langsam zusammen vor die Brust, sodass dein Daumen und dein Brustbein berührt. Zieh dein Kinn auch leicht zur Brust. Und dann lade ich dich dazu ein, so zwei bis drei Dinge dir in deinen Kopf zu rufen, für die du heute dankbar bist. Auch wenn vielleicht dein Tag noch nicht so lang war. Überleg mal, für was du so richtig viel Dankbarkeit verspürst. Können auch nur ganz kleine Dinge sein. Wenn es dir schwer fällt oder dir gar nichts einfallen sollte, dann kann ich dir dabei ein bisschen helfen. Vielleicht verspürst du Dankbarkeit dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um was für dich zu tun, auf deine Matte zu gehen. Vielleicht bist du dankbar für deinen Körper, dass er so viel jeden Tag für dich macht und atmet und dein Herz schlägt und du essen kannst, ohne dass du dich groß drum kümmern musst. Und vielleicht bist du einfach dankbar dafür, dass du all das, was heute noch bevorsteht, erleben darfst. Mit Personen, die dich hoffentlich lieben. Und ich bin dankbar dafür, dass du heute mit mir Yoga gemacht hast. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Namaste.